Ihr dürft ihn jetzt aber einfach hitten Ja klar, mit den Reifen stimmt's echt, das macht echt wenig Sinn Loll! Nice! Nice! RIP! Ja der ist komplett disabled by the way, ne? Wirklich komplett, der fährt immer noch weiter Manditte für den Hurensohn Ja, Hurensohn ist explodiert Warum hab ich ihn jetzt getötet?